Die Digitalisierung aktuell ist halt ein Brandbeschleuniger. Ich bin überzeugt davon, dass wir tatsächlich auch gesünder und wahrscheinlich auch zufriedener werden leben können. Herzlich willkommen zu Zwischen Hugs und Bytes, der ersten Podcast-Reihe von Germanwatch. In drei Gesprächen diskutieren wir mit Digital- und Klimaschutzexpertinnen darüber, welche Chancen, aber auch Risiken die Digitalisierung für den Klimaschutz schafft und wie eine nachhaltige digitale Welt aussehen kann. Das finde ich ist eigentlich so ein bisschen die Ironie dabei, dass wir uns eigentlich selber vom Glück fernhalten, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade Technik einsetzen. Es macht Spaß und es ist die schönste Antidystopie, die es gibt, sich für eine nachhaltige Digitalisierung einzusetzen.